Mein Name ist Luisa Luhmer, ich bin 24 Jahre alt und ich bin im fünften Semester duale Studentin bei der BGE-TIM am Standort Köln. Da wir hier bei der BGE-TIM mit und für Menschen arbeiten, ist sie jeder Tag sehr abwechslungsreich. Die BGE-TIM ist eine Berufsgenossenschaft und Berufsgenossenschaften sind dafür da Arbeitsunfälle zu verhüten und Menschen zu helfen, die gerade einen Arbeitsunfall hatten. Neben den Studienkosten, die durch die BGE-TIM übernommen werden, haben wir auch Zuschüsse zu Laptops und zu den Büchern für die Universität. Was mir hier am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Kollegen und der reger Austausch. Bei uns gibt es nicht nur ein tolles Team, sondern auch moderne und ergonomische Büroausstattungen. Bei der BGE-TIM gibt es sehr verschiedene Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten, so ist für jeden etwas dabei. Privat haben wir den Vorteil, dass wir zum Beispiel die Urban Sports Club Mitgliedschaft vergünstigt nutzen können. Wir haben hier in der Bezirksverwaltung Köln immer eine 1 zu 1 Betreuung und können hier sehr viel lernen. Die BGE-TIM ist ein sicherer Arbeitgeber, denn sie bildet aus, um zu übernehmen. Außerdem wird hier immer auf eine gute Work-Life-Balance geachtet.